Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Gmail ganz einfach unseren Namen ändern können. Dafür klicken wir einfach mal oben rechts in der Ecke auf dieses Zahnrad und dann öffnen wir hier einmal alle Einstellungen. Als nächstes haben wir dann hier direkt den Punkt Allgemein und hier wechseln wir dann einmal rüber zu dem Punkt Konten und Import. Und dann haben wir hier diese Option Senden als, da sehen wir dann einmal unseren aktuellen Namen sowie auch unsere E-Mail Adresse. Und hier klicken wir dann einmal auf Adresse bearbeiten. Das Ganze ist also meiner Meinung nach definitiv etwas versteckt. Dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster. Hier sehen wir dann nochmal unsere E-Mail Adresse und darüber auch unseren Namen. Das ist standardmäßig erstmal immer der Name von unserem Google Konto. Wir können hier aber beispielsweise auch noch einen eigenen Namen eintragen und dann eben stattdessen diesen verwenden. Ich schreibe hier jetzt mal bewusst etwas anderes hin und dann klicken wir einfach auf Änderungen speichern. Ihr seht es, dann wurde das Ganze auch hier nochmal kurz angepasst und dann haben wir unsere Namen bei unserer Gmail Adresse auch schon geändert. Wenn ich euch mit diesem Video etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!